Espresso Rosso – die wichtigsten Informationen zu Wien mit Barbara Nowak Herzlich willkommen zurück beim Espresso Rosso. Heute ist Sonntag, der 15. September 2024. Noch 14 Tage bis zur Nationalratswahl. Heute ist Equal Pension Day in Wien. Das ist jener Tag, ab dem Männer 29% mehr Pension im Durchschnitt erhalten als Frauen. Wien ist hier positives Schlusslicht, denn in allen anderen Bundesländern ist dieser Tag schon im Sommer gewesen. Um die Pensionslücke weiter zu schließen, benötigen wir eine verpflichtende Lohntransparenz, den Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuung so wie in Wien und die Reduzierung der Teilzeitarbeitsquote bei Frauen. Demokratie braucht Erfahrung und Verantwortung. Darum am 29.09. SPÖ wählen.